Kabami, Wham, Corset 2020, Boosterbox, ist am Start, hallo und willkommen zu einem neuen, ja, Unboxing, Opening, wie auch immer ihr es nennen wollt, heute richtig viele Karten, ein Booster jagt das nächste, gestern haben wir schon angefangen, oder ja, angefangen habe ich schon mit dem, mit dem Bundle, link ich euch oben rein, ansonsten schaut auch mir, euch die Arena Videos an, ich habe da auch Packs in digital ausgepackt, aber heute geht es hier um diese Paper Magic Booster Packs vom M20 Corset und ich bin schon richtig gespannt, ob wir hier die eine oder andere Mystic Rare rausziehen können, wir haben ja schon jetzt gestern den Sorin gefunden, im Bundle sogar, sehr schön, ein richtig schöner Planeswalker, ich tue das hier alles zur Seite, weg damit, wir machen uns hier Platz, so, und ziehe das einfach freudig, eins nach dem anderen, die Booster, ja, ich würde sagen, wir legen einfach los, da gibt es nicht weiter viel zu sagen, ihr wollt sehen, was hier drin ist, ich will es sehen, ob es sich gelohnt hat oder nicht, erfahren wir in gut 20 Minuten oder Viertelstunde, wenn wir hier durch sind, wir machen das einfach peu à peu, gucken hier, was hier für Ankommens drinstecken für Rares und natürlich vielleicht noch die eine oder andere Foil, wir haben Rule of Law, Dragon Mage und Aether Gust und Chandra's Regulator, awesome, das ist ja sehr schick, weil den haben wir ja schon, weil wir ja das Bundle aufgemacht haben, als, ähm, äh, na, in der Special Art Edition, hier ist sie, Chandra's Regulator, einmal in dem Alternative Print und einmal in dem normalen, schön, jetzt haben wir beides, klasse, freut mich, ist natürlich hervorragend für die Collection, und hier noch so ein schöner, äh, Chandra's Inferno, ähm, Emblem, gefällt mir auch, ist nicht schlecht, so, Regulator kennt ihr natürlich alle, brauche ich jetzt auch nicht vorlesen, äh, durch die Comments gehen wir fix durch, wie immer, und ziehen den Angel of Vitality, den haben wir, glaube ich, auch schon gestimmt, Ritual Beautiful Wand und Lightning Stormkin, das sind die Ankommens, und hier ist Sephiroth Skyblade, ich fasse es nicht, super geiler, rare, legendary Angel, you pay, äh, you may pay, white mana, and tap for untapped creatures, you control with flying, rather than paying, dispelled mana cost, kommt mit flying, lifelink, und other creatures, you control with flying, have indestructible, ist zwar arschteuer, aber kann halt am Ende richtig entscheidend sein, Sauberst, kommt hier oben mit drauf, Forest, und, ähm, oh, wir haben hier noch Evolving Wild, äh, interessant, hab ich vorhin ganz übersehen, und einen Golem-Token, weiter geht's, also, die beiden Rares, finde ich, super stark schon, also, das macht Spaß, das scheint sich hier echt zu lohnen, heute, ähm, kommen, 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 aha, aha, Gross Cycle, der Gamer Viking Cycle ist da, was macht der eigentlich, Target Creatures gets plus 3, plus 3, okay, und hier kommt, ähm, ein Cryptic Cave, Land, Sacrifice Cryptic Caves, draw a card, activate this ability only, if you control 5 or more lands, okay, das Card Draw mal anders, auch schick, Iron Root Warlord, äh, der sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus, der Kollege, alter Falter, hier passiert einiges, jetzt rutschen mir die ganzen Karten durch die Hand hier, Rapaceous Dragon, und Legions End, gut, Bloodfair Caves, schön, noch nen Land, und zwar nen Dual Land, die tue ich mal hier, ne, die tue ich hier so runter, ähm, die will ich separat haben, weil die ganzen normalen Länder haben wir, achso, ich tue das auch mal hier weg, äh, die ganzen normalen Länder haben wir ja schon, äh, in, auch in der Vollvariante, weil wir ja das Bundle aufgemacht haben, schaut's euch an, äh, lohnt sich, also, mir hat das Bundle Spaß gemacht, ich weiß nicht, war ich auch überrascht, dass es so gut ging, äh, Agilic Gift, äh, Squat Cap'n Ripskill Petit Double, so, Natural End ist auch dabei, und wir kommen zum Colossus Hammer, Colossus Hammer, Gruesome Scourger mit seiner Monsterpeitsche hier, uh, und Herald of the Sun, noch nen Engel läuft, und der will, Voraceous Hydra, kommt mit Trample, Voraceous Hydra enters the battlefield with Axe, plus one, plus one counters on it, when Voraceous Hydra enters the battlefield, choose one, double the number of plus one, plus one counters on Voraceous Hydra, Voraceous Hydra fights Target Creature, You Don't Control, da will ich auch noch nen schickes Deck mit mir machen, weil, ähm, so nen Mono Green oder sowas steht mir da vor, da passt die, glaub ich, ganz gut rein, das werd ich dann mal die Tage ausprobieren in der Arena und euch dann mal vorführen, so, Plane und nen Elemental Bird, ja, Birdie Bird, so, Brilled Sea Serpent, hm, Chandra's Outrage und Mind Rot und hier kommt der Portal of Sanctuary Artifact, Meteor Golem, ich kann den nicht mehr sehen, Alter, der war schon, was, im M20, im M19, glaub ich, ne, M19, äh, ich hab den nur gezogen, ey, ich hab davon noch 1000 Karten da, Noxious Grasp, Grasp ist eine sehr schicke Karte und hier ist Mu Yanling Sky Dancer, whoop, 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 mm, ja, sie war, ähm, Bauchtänzerin früher und ist dann irgendwann in den Himmel, äh, aufgestiegen, äh, sie kommt für drei Mal sondern mit nur zwei Loyalität, das ist ein bisschen ärgerlich, muss man da ordentlich, äh, supporten können, aber für plus zwei gibt's until your next turn, up to one target creature gets minus two, minus one, äh, zero and loses flying, okay, für minus drei, create a fire, four four blue elemental bird creature token with flying und für minus acht, you get an emblem with islands you control have, draw a card, cool, also unser first mythic in dieser booster box und noch nen dual land swift water cliffs hinterher, gut, der soldier ist jetzt nicht ganz so spannend, aber ich find die, äh, full artworks, ich mag das, ähm, vor allem, vielleicht kriegen wir die Token, gibt's hier auch in foil eigentlich, bestimmt gibt's hier auch in foil, vielleicht hol ich mir die mal, wenn ich die hier nicht irgendwann mal ziehe, das muss ich herausfinden, ob's die auch in foil gibt, ähm, falls ihr das wisst, schreibt's doch mal in die Kommentare, dann spare ich mir das Suchen, äh, so ein bisschen Crowdsourcing hier, Scrammering Scorcher, Diamond Knight, okay, Risen Reef, ja, das ist schon die Hassliebe aller Leute, dort in der Arena geworden, Risen Reef, ist ein bisschen OP, ähm, aber gut, kann man, ja, muss man akzeptieren, wie's ist, Temple of Epiphany, äh, das ist eins von den Skrylands, das ist sehr schön, ich wollte schon sagen, wir haben irgendwie, die ganzen Kavalliere haben wir noch nicht gesehen und die Knights und, ähm, all die tollen Sachen, aber hier ist Temple of Epiphany, als erstes, Skryland, das wir hier aus dieser Boosterbox ziehen, auch nicht verkehrt, ich hätte hier so, drei, vier Mystic Rears, wären schon ganz nice, in dieser Boosterbox, das wäre ganz, ganz, ganz toll, ich würde mich sehr freuen darüber, mhm, was ich, was ist so normal, ich hab mir noch nicht so viele, ähm, Unboxing Videos angeschaut, weil hier das bei anderen Leuten läuft, ähm, wenn ihr das auch wisst, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, Brenborn Cutthroat, Mask of Gamer Viking, oh, das sieht auch richtig schick aus, hier außenrum, finde ich nice, ne, ist ein schönes, ist halt eins von diesen, äh, gefärbten Artefacts, das ist ganz schön, das soll ja wieder ein bisschen rauskommen, ähm, die Wizards haben ja so ein bisschen Probleme mit diesen, ja, nicht, äh, gecoloristen Artefacts, weil die kann in jedes Deck, und, na, da, ein paar sind da ein bisschen über, äh, präsent anscheinend, ähm, und da gibt es ein bisschen Aufräumenbedarf, deswegen kommen sie jetzt wieder hier, diese, ähm, Artefacts mit, für, für Rotz zum Beispiel hier, und, äh, Broadback, als Rear, nehmen wir mit, haben wir glaube ich aber auch schon, macht nix. Ah, wann kommt die nächste Mythic? Gibt mir die Mythicard, das ist die Karte, die habe ich jetzt schon tausendmal gezogen, genauso wie die, ähm, ja, das gibt ja diese einzelnen Karten, die man halt wirklich eine Milliarde mal zieht, und dann auch nie los wird, manifold Key, Air Elemental, und Moldavine Reclamation, wow, der sieht auch schick aus, ist ganz nice, und da ist noch ein Sorin, glaubst du nicht, glaubst du nicht, den haben wir doch schon, warum ziehe ich jetzt schon wieder hier Sorin am Stück? Zweiter Mythic, und das nächste, ähm, Dueland, Budget Duelands, eins auch von den Key Features, von dem Core 2020 Set hier, äh, aber hier der Sorin, Moya, zwei Planeswalker, zwei Mythic Planeswalker, läuft, äh, kann man auf jeden Fall loswerden, könnte ich denn gleich mal, wie er beim Card Market, äh, was reinstellen, also, wer so einen Sorin braucht, ich hab einen zu viel, äh, Bloodthirsty Aerialist, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, und, äh, Holiing Giant, noch nicht, glaub ich, der, der sieht auch, aus wie so ein, äh, ja, Opi-Wanderer hier, äh, Starfield Mythic, ähm, Mystique, äh, Enchantment Spells, you cast, cost one less, to cast, whenever an Enchantment, you control is put into a graveyard, from the battlefield, put a one-one counter, und Starfield Mystic, okay, gut, noch ein Rare, und wieder einen, äh, ja, Dual Land dabei, Thornwood Falls, uuuh, Elemental, du-du-du-du-du-du, das hab ich noch nicht gesehen, hier, zumindest in dieser Boosterbox nicht, und auch nicht in dem Bundle, äh, ist ja meine erste Boosterbox, die ich auch mache, dass ich hab noch ein paar hier rumliegen, wir können da noch einiges rausziehen, ich mach auf jeden Fall Videos davon, also schaltet ein, abonniert den Channel, und, äh, liked, was das Zeug hält, Leute, ich würde mich sehr freuen, Loyal Pegasus, Yarox, Wavecrasher, blablablabla, Elemental, Rapacious Dragon, hatten wir jetzt auch schon, Night of the Even Legion, und ich hab da schon was Glänzen gesehen, ihr seht schon, hier sind noch ein paar Karten, Night of the Even Legion, eine von meinen Lieblingskarten, in M20, der ist so stark, den hab ich in fast all meinen Aos of Stacks drin, guckt euch die an, link ich euch oben, äh, die Arena-Fights, die ich da mitgemacht hab, mh, nicht zu unterschätzen, richtig guter, richtig guter Mann, Dismal, Backwater, und, Drawn from Dreams, in, Foil, wir haben den Rare Foil, mit im Pack hier, wo, funkel, funkel, blink, blink, super gut, tun wir hier an die Seite, und in den Demon, sieht auch nice aus, sieht auch nice aus, aber noch kein Foil Token, gibt's sowas, Leute, gibt's sowas, ich muss das herausfinden, ich bin jetzt heiß drauf, weil diese Full Art Sachen sind natürlich super nice, Moment of Heroism, Frost, Gamer Viking, und Unholy, Gamer Viking as well, ähm, Rabbit Bite ist auch dabei, äh, Blood Bugler, Burglar, mh, Netcaster Spider, das sieht auch so dark aus, finster, und Yarox, Fanlurker, Overcome, und Chandra, Norvis, Piramancer, unsere erste Chandra ist dabei, wuh, wir haben eine Chandra, läuft, kommt mir zu den Ankomens natürlich, Marauding Raptor, als Rare, und nen Zombie, wow, ja gut, der Raptor ist jetzt nicht so phänomenal, würde ich sagen, weiß nicht, ich mag halt so rote Sachen auch nicht so sehr, Rot is lame, sag ich immer, äh, ja, sorry für alle, oder an alle, die, äh, große rote Fans sind, aber hier, uh, hier kommt nochmal Mask of, äh, Mask of Emulation, die hatten wir uns grad schon angeguckt, this figure ist auch nice, und Iron Root, Warlord hatten wir auch schon, geht auf den Ankommens Stapel, und Master for Replication, wuh, choose one, create two, three, three colorless Golem Artifact, Creature Tokens, oder, choose target artifact you control, each other artifact you control, becomes a copy of that artifact, until end of turn, wuh, da kann man bestimmt, richtig interessante Träger auslösen, und, äh, Kombos bauen, nicht schlecht, Rocked Highlands, ich muss nichts mehr zu den Dual Lens sagen, wir ziehen hier eins auf den anderen, ähm, wird den Preis von den, Dual Lens auch nicht weiter, äh, gut tun, würde ich sagen, genauso wie mit den, Foil Premium Lens, äh, ja, wie auch immer, es soll ja nicht immer nur ums Geld gehen, sondern auch um die Schönheit der Karten, so, Scuttle Mud, mh, komische Karte, sieht hässlich aus, ähm, Cryptic Caves hatten wir schon, Zerulean Drake, Willis, Broker of Blood, Legendary Creature, Demon, Flying, kommt für 8 Mana, mit als 8 Achter, für 1 Mana, Pay 2 Life, Tiger Creatures, gets minus 1, minus 1, until end of turn, whenever you lose life, draw that many cards, also man kann hier schön, card draw auf sich selber anwenden, läuft auch, wir müssen halt die Rares eh voll machen, deswegen nehmen wir die alle mit, und hier ist ein Diamond Knight in Foil, bling, 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 zweites Foil ist da, diesmal leider nur ein Ankommen, ich hatte schon gedacht, wir ziehen jetzt nur noch Rares und Mythics in Foil, haha, das wär's natürlich, nächstes Pack, nächstes Pack, neues Glück, Jumpin' Through die Comments, und Salvage of Ruin, Gruesome Scourger, hatten wir schon, Blight Beetle, Wake Root Elemental, wohoho, 6 Mana, 5,5 für 2,4, 5 Mana gibt's, Untapped Target Land, you're controlled, it becomes a 5,5 Elemental Creature, with haste, it's still a land, wow, läuft, haben wir also auch mal einen grünen Rare, und nicht nur schwarze, schwarz und weiße, also Orsoth, ich bin ja ein großer Orsoth Fan, ich mag schwarz und weiße Decks am meisten, man hat da so viel Auswahl, neuerdings, die Vampire sind ja auch wieder so gut, dieses, seitdem halt die ganzen Sorins dabei sind, und halt der Bloodthirst, Aerialist, ich kann's leider nicht auf Englisch aussprechen, es ist ein Zungenbrecher für mich, ähm, ich übe das mal dann später, hinter der, äh, hinterm, wenn die Kamera aus ist, Wolfriders Saddle, Sky Knight Vanguard, und Spectral Sailor, und, Drawn from Dreams, gut, haben wir sie nochmal, als Non-Foil, im direkten Vergleich, wie sieht das aus, ja, ja, mhm, gut, ich behalte dann lieber die, Foil Variante, die andere könnt ihr euch dann holen, im Card Market, äh, Back of Holding, in Foil, ich fass es nicht, wow, Geil-O-Maticos, die nächste Rare Foil, geil, alter, geil, schon die zweite, das ist mal ein guter Zug gewesen, Back of Holding, da hab ich, hab ich auch noch nicht so richtig in Action gesehen, tut, äh, zu leveragen, diesen Effekt, äh, Goblin Ringleader, wow, grimmiger, fieser Typ, denn der Cops Knight, der ist super, den gibt's halt ab und an, fehlgedruckt als 2-3er, den hätte ich auch gerne als 2-3er, ähm, der soll auch in den Bundles als 2-3er drin sind, hab ich leider nicht rausgezogen, das ist schade, das ist super schade, weil natürlich, das ist ein Fehler, der, der macht Spaß, äh, den will man eigentlich als Kollektor haben, Gott's Willing, äh, und dann Agent of Creatory, okay, Tranquil Cove, and, Aerial Assault in Foil, ich sag nix, also, Foil gibt's hier wirklich ohne Ende, in diesem M20 Ding, ich bin mir wirklich noch nicht sicher, ob ich das geil finde oder nicht, irgendwie, also, man freut sich fast ja nur noch, früher hat man sich gefreut über Foil, heute freut man sich eigentlich nur noch über Foil Mythic, weil, ähm, es gibt von den anderen so viele, ähm, ja, was geht an, Trash, 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 Brontodon, Trash, Brontodon, die gibt's auch jetzt fast immer, ne, in jedem Set eigentlich, Bobbling Ringleader, und nochmal ein Chandra, Chandra, Novice, Pyromancer, ist die zweite Chandra, super gut, Hank, Executioner, Spirit Flying, weiße Karte, äh, wenn Hank, Executioner enters the battlefield, Create a 1-1 White Spirit Creature, Token with Flying, für vier Mana, Hec, Exile Hanged Executioner, Exile Target Creature, also auch noch ein Removal drin versteckt, ist schick, Mountain, unten, Pride Made Token, ja, von denen braucht man einiger, wenn man, Ajani, Pride of the Strength, oder Strength of the Pride, ich, wie heißt der Typ, Alter, vielleicht ziehen wir ihn ja noch, dann wissen wir's, dass der Ariel, äh, Ariel Assault nochmal in normal, Prismite, Lovacan Brawler, Sorcer of the Fang, Pazifism, mhm, okay, Gauntlets of Light, da gibt's auch, hab ich schon gesehen, mega krasse Kombo-Effekte, die halt so Endless Loops erzeugen, Vampire of the Diamond, schöne Karte, mag ich auch, Renown Reapensmith, und Dungeon Geist, hatten wir gestern schon gezogen, glaub ich, im Bundle, äh, und da ist wieder ein Mountain, Mountain Foil, gut, ich hab schon alle, äh, Lands in Super Special Premium Foil, deswegen, ja, kann ich die dann, verticken irgendwo, brauch ich nicht doppelt und dreifach in Foil, weg mit dem Plastik und, ab geht's zu den Ankommens, wir nähern uns hier schon, ja, ist das die Mitte? Weiß ich nicht, Blood for Bones, Savage of Ruin und Blood Soaked Altar, und dahinter versteckt sich ein Lockdown Life Chunter, Boom, geht auf den Rare Stapel und der Demon auch hierhin, Leute, wenn ihr euch überlegt, ob ihr so eine Boosterbox euch zu, äh, zulegt, also, ich würde empfehlen, Leute, die auf Foils stehen, das lohnt sich für Leute, ja, die auf Foils stehen, nochmal, hier ist ein Thrashing, Brontodon, also, wir haben hier schon, fünf Foils gehabt, ohne, ähm, ja, also, bei der Hälfte ungefähr, äthergust und, äh, Pulse of Murasa und ein Flood of Tears, nochmal eine blaue Rare, eine Blossoming Sands hinterher, und nochmal eine Jani, ich muss hier mal ein bisschen Tempo machen, weil, das zieht sich ja hier hin, Leute, ey, so, da kommen wir an, und Warden of Evos Isle, Yarox Fanlurker, hatten wir schon, Eternal Isolation, und da kommen Scheming Symmetry, eine sehr schwierig zu spielende Karte, meiner Meinung nach, jetzt habe ich schon, Wort, hier, Zungenverhaspler dabei, ähm, aber das soll nicht weiter stören, ich würde hier noch, den ein oder anderen Mythic Gern sehen, wir haben erst zwei gezogen, natürlich auch zwei Rare Foils, aber, Mythics zählen halt, ne, die zählen halt doppelt, äh, bei der Bewertung, ob sich das lohnt oder nicht, The Gravedigger, Barkhide Troll, und Orgris Siegebreaker, Back of Folding, nochmal, also, wie oft ich den jetzt schon gezogen habe, äh, ich hoffe, der ist irgendwas wert, aber, der ist nicht so richtig populär, ne, weiß ich gerade gar nicht, was da der aktuelle Marktwert ist, kann ich auf jeden Fall, äh, dann schön, in den Market reinhauen, und hoffentlich noch den ein oder anderen Euro rausziehen, weiß nicht, mal schauen, gucke ich mir dann später mal an, ansonsten, schreibt in die Kommentare, falls ihr ihn braucht, dann finden wir vielleicht einen Weg, Steel Overseer, auch nicht die geilste Karte, aber hier ist wieder eine Foil dabei, Healer of the Glade, ja, sieht schick aus, sieht schick aus, ja, dieses Vieh, toll, blöde Karte, aber, toller Effekt, also ich hätte gern weniger Foils, und dafür mehr Mythics, muss ich sagen, 2 ist jetzt noch nicht so die ideale Ausbeute, aus so einem Pack, noch ein Schock, Sword of Gamer Viking, ihr seht, wie ich aussehe, wenn, äh, wenn ich hier Packs auspacke, so, und, äh, einen Divu Decree, und einen Vengeful Warchief, wow, der sieht auch ganz geil aus, schick, Layline, äh, Layline of Abundance, die erste, glaube ich, die erste Layline, die wir gezogen haben, die grüne, toll, freue ich mich, Windscart, Scart, Crack, cool, Leute, gebt mir noch Mythic, fingers crossed, Daumen gedrückt, dass hier jetzt was drin ist, das kann ja so nicht weitergehen, hier haben wir voll die, äh, ja, Mythic Pause, eingelegt, Molder, Wine, Reclamation, Loaming, Shaman, und ein Planer, Cleansing, Destroy All Nonland Permanence, Boom, Removal vom Feinsten, Blotfell Caves, und Cops Knight, in Feuer, ich fasse es nicht, wuuu, das finde ich mal geil, das ist richtig cool, Cops Knight, also, ich, ich feiere ja alle Orsos-Karten, ihr ab, und der Cops Knight, der ist cool, also, der macht, der macht ordentlich was her, und wenn er halt auch noch so schick aussieht, macht er sich doppelt so gut in meiner Collection, Scuttle Mott, Lion Pegasus und Vale of Summer, Lotus Field, Wow, das ist auch ein, das kann nicht sein, schon wieder ein Erfolg, Gruesome Scourger, Uncommon Foil, und ein Treasure Token, geil, Mann, geil, so, hier, Mujan Ling, du musst uns jetzt hier, schönen, nur Mystic Dance hinlegen, du Sky Dancer, und, ähm, ich will, ich will hier die richtig guten Karten ziehen, ich will halt noch den dicken Sorin, den dicken Sorin, Apostle of Purifying Light, hab ich auch noch nicht im Einsatz gesehen, Overgrown, äh, Overgrowth Elemental, Wow, ja, der sieht auch, bisschen Overgrown aus, ich sag's euch, da ist noch ein Bag of Holding, wie, wie oft haben wir den jetzt gezogen, Blossom Sands, und Chandra's Ember Cat, in Foil, ich weiß nicht mehr, ich kann's, ich kann gar nicht mehr so richtig feiern, wenn ein Foil kommt, ich weiß es nicht, es ist, glaube ich, ein bisschen too much, würde ich sagen, too much Foil, und zu wenig, und zu viel, äh, Bag of Holding, ist die dritte, glaube ich, die dritte Bag of Holding, zwei, äh, in normal, und einen in, in Foil, den wir hier rausgezogen haben, weiß ich nicht, ob ich das geil finde, also, ich tendiere zu, nicht so geil, Hard Cover, Creeping Trailblazer, Fencing Ace, und Shared Summons, und Shared Summons, noch eine Rare, und noch einen Foil, Growth Cycle, in Foil, nehmen wir mit, was soll man machen, ich hab am Ende so eine ganze Collection, das ganze Set in Foil, nehm ich an, wenn ich hier noch, die ein oder andere Boosterbox aufmache, das ist irgendwie sehr merkwürdig, muss ich sagen, fühlt sich komisch an, ähm, Gift of Barra is, Baroni Vampire, und da ist der Pattern Matcher again, Fencing Ace hatten wir schon, Unchained Berserker, ne, das Artwork sieht irgendwie, sehr merkwürdig aus, finde ich jetzt nicht so stark, und Agent of Tree Tree, hatten wir auch schon, mein Gott, Duplicates ohne Ende, das ärgert einen natürlich, weil natürlich will man, nicht, die duplizierten Rares hier haben, ich hätte lieber die, ja, alle anstatt von, nur wenige, aber dafür doppelt, aber bei anderen Leuten, mag das anders sein, ich spiel das ja gar nicht, selber in Paper, sondern ich sammel das ja bloß, äh, Master Splicer, Tomebound Lich, und der Herold of the Sun, und der Gargors Vicious Watcher, noch ne Hydra, ist am Start, nehmen wir mit auch, haben wir glaube ich auch schon, aber, ne, wir haben uns ja auch schon so an Folds, und Duplicate Karten gewöhnt, das macht jetzt auch nix mehr, Epic of Blood, und, Hard Covers dabei, Creeping Trailblazer, Devout Decree, und nen Cavalier of Thorns, nice, unser erster Cavalier, Mythic ist am Start, Leute, das ist mal super nice, die dritte Mythic, wir nähern uns auch dem Ende, deswegen, ja, hatte ich schon gehofft, dass da nochmal eine kommt, und das ist gleich der Cavalier of Thorns, das ist natürlich super, gut, muss ich mal kurz mal die Stapel wieder ordentlich hinlegen, weil sonst fällt hier gleich alles durcheinander, und ich muss neu sortieren, das wäre ja unschön, das wäre verschwendet Zeit, hier, Inspired Change, okay, Schock, 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 wie viele Schocks hatten wir denn, und, ne, ne, Blood Burglar, und da ist Blood for Bones, Bloodsake, Soaked, Alter, und Cops Knight nochmal, der Cops Knight, der will hier dabei sein, Layline of Combustion, die zweite Layline, super, das ist ein, der Circle schon wieder fast halb voll, Swamp, und Soldier, Soldier hatten wir, also Soldier Token gibt es auch ohne Ende, gefühlter Preis, 0,02 Cent, welche Command Card ist eigentlich die beste Command Card, frage ich mich gerade, vielleicht habe ich ja auch Glück, und die ich schon tausendmal gezogen hätte, weil Vampire of the Diamond, schön, und da kommt der nächste Cavalier, Cavalier of Dawn, der weiße Elemental Knight, die vierte Mythic ist am Start, und wir ziehen noch im selben Pack, natürlich, wie könnte es anders sein, eine Ankommen, Foil Karte, Eatergast, ist auch als Foil jetzt in unserem Set vertreten, wir haben noch drei Packs to go, Leute, hyped nochmal richtig rein, Stimmung, für die letzten drei Rares or Mystics, das wäre noch was, Season of Growth, Cerulean Drake, und Empyrean Eagle, mein Gott, no way, Aghani Strenght of the Pride, Ajani ist am Start, Alter, der Pride Mate, erzeugende, Super Ajani, wow, unsere, warte, nein, doch die fünfte Mythic, das ist mal ne Ausbeute, Leute, Ajani, wow, Evolving Wilds noch, ich bin jetzt mega happy, in Foil wäre der natürlich noch geiler gewesen, aber vielleicht passiert das ja noch, fünf Mythics, und, oh, ich muss gleich mal zählen, wenn wir hier die letzten, das letzte Pack, aufgemacht haben, dann zählen wir hier nochmal durch, was die Ausbeute eigentlich ist, und da ist nochmal, Shundra Spitfire, Diviners Lockbox, hatten wir auch noch nicht, Uncage Fury, cool, wir ziehen nochmal Karten, die wir noch nicht hatten heute, und Graft Diggers Cage, hatten wir auch schon, und da kommt nochmal, Baroni Vampire in Foil, natürlich, blink, 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 also Blink Effekte, hatten wir hier wirklich zuhauf, ich zähle gleich mal hier wirklich nach, das ist das letzte Pack, Leute, das letzte Pack für heute, sollte es doch nochmal der sechste Mythic werden, ich denke, fünf ist gut, fünf ist richtig gut, sechs wäre ja traumhaft, das wäre ja phantastomatisch schon, Rule of Law, Scholar of the Ages, und Overgrown Elemente, und die letzte, Rare, ist, Masterful Replication, nochmal ein Duplicate dabei, nix an Voll mehr, aber, Leute, 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 ich sag's euch, fünf Mythics, Mu Yanling Sky Dancer, Thorin Imperials Bloodlord, Cavalier of Dawns, Cavalier of Dawn, und Ajani Strength of the Pride, drei Blainswalker, zwei Cavaliere, und an sich, obendrauf noch, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Foils, davon, warte, wir hatten mindestens einen Rare, ja, hier ist der Bag of Holding Rare, genau, zwei Rare Foils, zwei Rare Foils, alter, auch noch oben drauf, gut, und halt lauter, Budget Low, äh, Dual Lens, ich bin zufrieden, muss ich sagen, ich bin zufrieden, das hat sich gelohnt, und, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß, lasst einen Daumen da, und ich packe jetzt, ich muss jetzt erstmal sortieren und die Collection anfangen, Alter, ich bin jetzt richtig heiß, äh, schaut euch gerne noch, äh, in der Zwischenzeit ein anderes Video von mir an, äh, ich hau die Tage noch andere Unboxing, Opening, wie auch immer, Paper Magic Videos raus, bis ich meine Collection wieder vollständig habe, ich verbleibe, bis dahin, euer Gamer Viking, adios, ciao, ciao, Outro